So, jetzt haben wir im Prinzip alle Grundlagen gelernt, um richtig in die Korpuslinguistik einzusteigen. Und alles, was jetzt für die Abfragesprache noch kommt, sind eigentlich Erweiterungen und Kombinationen von Dingen, die wir schon besprochen haben. In dem nächsten Clip machen wir dazu ein paar Beispielübungen. Fassen wir vorher das CQP-Prinzip also nochmal zusammen. Punkt 1. Um ein Token zu finden, verwenden wir eine Eckklammer. Innerhalb dieser Eckklammer können beliebig viele Bedingungen formuliert werden, die auf das gewünschte Token zutreffen. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wie weit man beliebig wirklich ausdehnen kann oder sollte, aber mit den Kombinationsmöglichkeiten in dieser Notation kommt man wirklich sehr weit. Punkt 2. Mit dem Formulieren von Bedingungen innerhalb der Klammer geben wir an, auf welches Positionsattribut zugegriffen werden soll. Positionsattribute sind CQP-Lingo und grob das, was wir bisher Spalten genannt haben. Also die Spalten wie Word, POS, also Part of Speech Tags, oder Class, also die gröbere Wortklasse, oder Lemma, also die Grundform. Bedingungen werden wir meistens mit dem Kaufmanns-und verbinden. In welcher Reihenfolge sie die Bedingungen eingeben, spielt für das Ergebnis übrigens keine Rolle. Punkt 3. Zwischen den Anführungszeichen stehen die Werte der Attribute, also das, was für ein bestimmtes Korpus in der jeweiligen Spalte eingetragen ist. Werte sind grundsätzlich korpusspezifisch. Was genau ist mit korpusspezifisch gemeint? Na ja, das, was in blau steht, sind Eigenschaften der Korpusdaten und die können sich von Korpus zu Korpus unterscheiden. Im Fall der Inhalte der Word-Spalte ist das ja offensichtlich, sie suchen ja nach dem String round, wie er eben genau in dem spezifischen Korpus vorkommt, mit dem sie arbeiten. Aber auch die Werte für POS oder Class sind streng genommen korpusspezifisch. Wir verwenden zwar meistens das gleiche Set an Class-Werten, also den Wert subst für Nomen oder Verb für Verben oder adj für Adjektive. Aber besonders bei Post-Tags kann sich das zwischen den Corpora sehr unterscheiden. Ein Beispiel. Dieser Ausschnitt ist aus dem Brown-Korpus und dort ist der Definitartikel the in der Post-Spalte mit dem Tag dt versehen. Im BNC sind Definitartikel hingegen mit at0 getaggt. Die Unterschiede kommen daher, dass für diese Corpora unterschiedliche Tagger-Programme verwendet wurden. Das heißt in der Sprache des CQP-Datenmodells, die Werte für das Attribut POS sind eine Eigenschaft des annotierten Korpus-Tags bzw. der Korpus-Dateien und deshalb korpusspezifisch. Übrigens, korpusspezifisch heißt auch für diese Spalten, dass Groß- und Kleinschreibung wichtig ist. Genau wie für die Word-Spalte. Wenn also das Tagset aus Großbuchstaben besteht, dann müssen Sie auch Großbuchstaben eingeben. Für die Korpusarbeit heißt das, dass Sie das jeweilige Tagset des Korpus kennen müssen, mit dem Sie arbeiten. Es gibt übrigens mehrere Wege, diese Informationen rauszufinden und wir werden über die Strategien im Laufe der nächsten Folgen sprechen. Wenn Sie zwischendurch aber schon etwas üben wollen, dann finden Sie die gängigsten Tagsets auf dem Cheat-Sheet. Bevor wir in den nächsten Clips unser neues Wissen einsetzen, hier eine kleine Zusammenfassung in Hand eines Sonderfalls. Wenn in Eckklammern Bedingungen für ein Token formuliert sind, was würde wohl passieren, wenn ich eine Eckklammer ohne Inhalt eingeben würde? Naja, gar keine Bedingung formuliert heißt eben genau das, finde alle Token, quasi bedingungslos. Das nennen wir ein Match-All-Ausdruck und der wird uns immer mal wieder sehr nützlich sein. Das nennen wir ein Match-All-Ausdruck und der wird uns immer wieder sehr nützlich sein. Untertitelung des ZDF, 2020